Das ist die Geschichte von Sankt Martin. Das ist Sankt Martin auf seinem Pferd. Er trifft einen nackten Mann. Der arme Mann friert. Sankt Martin teilt seinen Mantel. Er gibt dem Mann eine Hälfte. Der Mann möchte Sankt Martin danken. Aber der ist schon weggeritten. Und jetzt... Nochmal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für die schöne Musik an Rudolf Hillebrenner.